Frau Präsidentin, Herr Dr. Jung, ich habe ja jetzt geduldig gewartet. Sie haben ja zweimal das Wort ergriffen hier und zweimal geredet. Und ich habe dann auf diese Antwort, auf meine Frage gewartet. Und da geht es mir so ein bisschen wie dem kleinen Prinzen. Der hat ja auch, wenn er eine Frage gestellt hat, nicht aufgegeben, bis er die Antwort bekommen hat. Ich weiß ja nicht, ob ich sie bekomme oder nicht. Aber werden Sie noch einmal das Wort ergreifen und sagen, dass das sichergestellt ist oder kommt da nichts mehr? Ich würde das gerne im Ausschuss berichten. Aha, also ich stelle dann fest, es gibt darauf keine Antwort. Herzlichen Dank.